Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Bildbearbeitung in Luminar 4, heute in Schwarz-Weiß. Es geht um ein Bild, was ich im Hamburger Hafen gemacht habe, von der Cap San Diego. Wir sind da auch extra zur blauen Stunde hin, um eine richtig schöne Lichtstimmung im Bild zu haben. Aber wie das so oft ist, das Wetter hat leider gar nicht mitgespielt. Der Himmel war komplett wolkenverhangen. Entsprechend hat mir dann auch die Farbausarbeitung des Bildes nicht wirklich gut gefallen. Aber in Schwarz-Weiß gefällt mir das Bild richtig gut. Also legen wir mal los. Ja, und genau das ist das Motiv, um das es heute gehen soll. Ihr seht, das Licht ist nicht so toll in dem Foto und die Farben entsprechend auch nicht. Deswegen meine Idee, das Ganze als Schwarz-Weiß-Bild zu entwickeln. Und ich starte aber ganz normal, egal ob Schwarz-Weiß oder Farbe, natürlich mit meinen Objektivkorrekturen. Und da möchte ich zuerst die automatische Verzerrungskorrektur anmachen. Auch chromatische Aberrationen möchte ich nicht mehr haben im Bild. Rand entfernen klicke ich auf alle Fälle auch an, auch wenn das bei mir in der Regel nicht zum Tragen kommt. Und dann mache ich auch gleich weiter mit dem Zuschneiden, denn ich möchte das Bild ein ganz bisschen hier unten wegnehmen, damit die Drittelteilung etwas schöner liegt. Das ist zwar nicht viel, was ich hier unten wegnehme. Und jetzt fällt mir doch auch auf, dass das Bild noch ganz leicht schräg ist. Ja, sowohl an dem Pfahl als auch an dem Pfahl da. Ganz leicht stürzt es auch, aber wirklich nur marginal. Das ist mir jetzt egal. Und hier diese Leuchtleiste der Fenster da nehme ich auch noch weg. Und dann ist die Cap San Diego, mein eigentliches Hauptmotiv in dem Bild, auch sehr schön in der Drittelteilung. Dann kann ich das Ganze mit Fertig bestätigen und kann mit der Bildentwicklung beginnen. Ich starte wie immer mit dem Tool-Bereich Wesentliches, da aber jetzt gar nicht mit der Helligkeit, sondern ich klicke als erstes auf mein Tool Schwarz-Weiß-Umwandlung und konvertiere das Bild in Schwarz-Weiß. So, das sieht jetzt natürlich auch erstmal relativ langweilig aus. Aber zumindest haben wir jetzt die Farbkomponente erstmal raus aus dem Bild. Ihr habt das ja gesehen, es war sehr stark blaulastig, das Bild. Das ist ja auch zur blauen Stunde entstanden. Ich wollte auch hier diese Kunstlichter anhaben. Aber auch die Kunstlichter waren sehr, sehr bunt. Das hat mir, wie gesagt, nicht so gut gefallen. Und jetzt mache ich gleich weiter mit dem Tool Helligkeit und fange an, das Bild einzuregeln. Die Farbtemperatur, die fahre ich tatsächlich auch noch etwas hoch, damit ich hier im Himmel etwas mehr Transparenz bekomme. Das hat man, glaube ich, eben gesehen. Der Himmel ist etwas heller geworden. Das wird dann durch das Tool AI Accent natürlich wieder relativiert. Aber ich möchte hier vor allen Dingen sehr viel Dramatik in den Himmel reinarbeiten. Und das ist jetzt auch so mein Hauptaugenmerk. Das werde ich mit verschiedenen Tools dann erreichen. So, Farbtemperatur habe ich, wie gesagt, etwas angehoben. Belichtung kann ich so lassen. Dann regele ich als nächstes die Lichter runter, damit mir die nicht jetzt schon anfangen auszufressen. Hier sehr stark. Ich mache auch mal mein Clipping an. Dann sieht man, ich habe aber noch ausgefressene Lichter. Die kriege ich auch nicht ganz repariert. Deswegen lasse ich jetzt auch die Lichter erst mal bei minus 30 stehen. Das bekomme ich nachher noch in meinem Schwarz-Weiß-Umwandlungstool etwas relativiert. Und die Schatten, die hebe ich noch so mit circa plus 20 an. Jetzt ist mein Bild ziemlich weich geworden. Aber das werde ich jetzt auch wieder etwas knackiger machen mit meinem intelligenten Kontrast. Den lasse ich mal so auf plus 20 stehen. So, dann klicke ich wieder auf die Taste J und mache mein Clipping aus. Als nächstes gehe ich gleich in das Tool AI Enhancer. Und da wende ich das AI Accent Tool natürlich an, welches mir ja immer die Ortsgesetzmäßigkeiten im Bild sehr schön relativiert. Und man sieht, auch hier gelingt das wieder. Die Bodenareale und gerade auch hier so dieser bildwichtige Teil, der wird deutlich transparenter und erhält mehr Zeichnung, ohne dass mein Himmel heller wird. Das kann ich jetzt aber mit dem AI Sky Enhancer einstellen, dass der schon mal deutlich dramatischer wird. Und den lasse ich mal so, ja, vielleicht so auf 40 stehen. So, jetzt können wir schon das erste Mal das Auge an-aus machen. Und dann sieht man, dass unten die Wasserfläche deutlich transparenter geworden ist. Hier habe ich gerade in den Tiefen auch viel mehr Zeichnung erhalten. Und der Himmel ist schon etwas dunkler geworden. Das ist also auf alle Fälle genau die Richtung, in die ich auch möchte. Dramatischer Himmel. Und hier unten soll richtig viel passieren. Also machen wir weiter mit dem AI Structure Tool. Da kann ich den Stärke Einsteller auch deutlich hoch regeln. Ich lasse den mal so auf ca. 60 stehen. Dann sieht man schon, modelliert sich meine Wolkenstruktur deutlich besser raus. Stört euch jetzt bitte erstmal nicht hier an den Flecken. Die flecken wir natürlich am Ende auch noch aus. So, jetzt mache ich auch noch Verstärken etwas an. Warum? Weil mir das noch Struktur in meine Tiefen und in meine Mitteltöne reinarbeitet. Die Lichter aber schützt. Ich mache mal nur das Tool an-aus und dann sieht man schon, wow, da passiert eine Menge. Und das ist auch sehr schön, was da passiert. So, das Tool Farbe brauchen wir natürlich jetzt in dem Bild gar nicht. Aber jetzt bin ich wieder bei meinem Tool Schwarz-Weiß-Umwandlung und da muss ich auch nochmal rein. Denn jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit hier einzelne Farbkanäle nochmal zu optimieren. Und das möchte ich auch. Ich möchte den Rotkanal ganz leicht anheben. Ja, dann sieht man das. Dann werden diese Lichteffekte hier auf dem Schiff etwas verstärkt, also etwas heller wiedergegeben. Aber ich möchte natürlich auch, dass das Cap San Diego gut lesbar ist. Deswegen regele ich jetzt hier den Gelbkanal noch ganz leicht runter auf minus 5. Ja, grün habe ich gar nicht im Bild, aber Cyan und Blau. Das ist auch noch ganz, ganz wichtig hier in diesem Bild. Cyan stelle ich hoch. Dann sieht man, dann werden die hellen Teile im Himmel noch etwas heller. Und Blau stelle ich runter, damit die dunklen Teile im Himmel auch noch stärker abgedunkelt werden. Das lasse ich mal so auf circa minus 20 stehen. Und Magenta, das sind so auch nochmal so ein bisschen die Rotanteile. Vor allen Dingen hier in diesen Bereichen hatte ich leichte Magenta-Anteile. Und da möchte ich auch noch ein ganz bisschen mehr Licht entstehen lassen. Deswegen stelle ich das auf plus 40 hoch. Also ihr seht schon, das Bild entwickelt immer mehr Strukturen. Ich mache nochmal das Farbfoto an und damit ja auch das Ursprungsbild. Und ihr seht schon, wow, es hat schon deutlich mehr Strukturen, Tiefe und entwickelt langsam auch eine deutliche Eyecatcher-Wirkung. Ja, dann gehen wir mal weiter zum Tool Detailverbesserung. Das werde ich allerdings hier gar nicht anwenden. Denn wenn ich hier mal auf mein Schiff schaue, dann sieht man, das ist wirklich knackscharf. Also ich fahre jetzt trotzdem hier mal ganz kurz den Schärferegler etwas rein. So mit 60. Und dann mache ich mal das Tool an-aus. Vielleicht auch hier so in der Takelage des Schiffes. Da bringt mir das ganz leichte Vorteile. Deswegen lasse ich den Detailverbesserer jetzt doch mal an. Ja, Bildrauschen entfernen brauche ich auch ein wenig. Auch das ist wieder nur ein Luminanzrauschen. Farbe habe ich ja gar nicht mehr drin in meinem Bild. Und ich stelle das erstmal so auf 50 hoch. Und mache das Tool mal an-aus. Und dann sieht man, jawohl, das bisschen Rauschen, das war tatsächlich nicht viel, was da drin war. Das ist jetzt raus. Und dann schaue ich hier auch nochmal in meine Details. Auch das Rauschen hier in den Grauflächen meines Schiffes ist dann raus. Also das ist sehr hilfreich. Das lassen wir auch mal mit an. So, Landscape Enhancer brauchen wir in dem Bild auch gar nicht. Deswegen gehe ich gleich weiter zu meinem Tool Vignetierung. Und ja, ihr kennt das von meinen anderen Videos. Ich wende die Vignette unheimlich gerne an. Und auch hier möchte ich wieder eine relativ starke Vignette zur Anwendung bringen. Ich stelle die mal so auf minus 55 ein. Dann regele ich auch direkt die weiche Kante komplett raus, um die Größe richtig einstellen zu können. Auch die stelle ich relativ klein ein mit 25. Aber brauche den Platz der Vignette nicht zu verändern. Das ist hier in der Mitte des Bildes ganz gut. Die Rundheit lasse ich auch so. Ich finde diese ovale Vignette sehr, sehr schön. So, dann kann ich die weiche Kante wieder hochstellen. Ich lasse die auf circa 10 stehen. Also die kann hier ruhig so ein ganz bisschen krasser zu sehen sein, meine Vignette. Und dann mache ich auch noch die innere Helligkeit ganz leicht an. So auf circa 30. Ja, und dann bekomme ich wieder eine sehr schöne Gewichtung im Bild. Dass hier das Hauptgeschehen im Bild sehr schön zum Leuchten kommt. Und der Rest zum Rand hin etwas abgedunkelt wird. Was auch in diesem Bild, wie ich finde, die Dreidimensionalität und die Tiefe stärkt. Ja, dann bin ich auch mit meinem Tool-Bereich Wesentliches fertig. Dann kann ich gleich in den Tool-Bereich Kreativ wechseln. Und da mache ich erstmal weiter mit dem Tool Dramatisch. Denn ich möchte ja meinen Himmel irgendwie noch dramatischer bekommen. Und hier starte ich natürlich auch mit dem Einsteller Stärke. Ja, und dann sieht man, jawohl, hier bekomme ich jetzt den Himmel rausmodelliert. So wie ich ihn gerne auch haben wollte. Nur im Rest des Bildes ist mir das viel zu stark jetzt. Die Dramatik, da hat mir das so ein bisschen weicher eigentlich besser gefallen. Das Wasser möchte ich sogar noch ganz weich haben. Das mache ich auch gleich noch. Lokaler Kontrast, auch den regele ich etwas wieder runter. Auf 50. Helligkeit lasse ich mal ruhig so stehen. Auf 30, so wie es war. Und Sättigung spielt hier natürlich in meinem Bild überhaupt keine Rolle. So, und jetzt möchte ich das aber, wie gesagt, nur auf den Himmel angewendet haben. Deswegen nehme ich meine Verlaufsmaske, ziehe die als Verlauf hier rein. Aber ich möchte den Verlauf gar nicht so weich haben, sondern auch ein bisschen schräg, sondern eher hier so in diesem oberen Bereich, in meinem Himmelsbereich. Ja, dass hier noch so kleine Teile mit davon betroffen sind, das ist nicht weiter schlimm. Hauptsache, mein Himmel wird schön von diesem Tool Dramatik modelliert. Und das ist auch der Fall. Ja, jetzt kann ich sogar noch mal schauen, ob ich das vielleicht sogar noch ein bisschen stärker einstellen kann. Wobei sich da jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel tut. Ich lasse das mal auf einer Stärke von 60 stehen. So, dann kann ich Maske bearbeiten auch wieder ausmachen. Und dann komme ich jetzt noch mal zu meinem Wasserareal. Da möchte ich hier in dem Tool-Bereich kreativ noch auf das Tool Leuchten zugreifen. Und der Typ ist mit Weichzeichner hell auch schon richtig eingestellt. Dann stelle ich die Stärke mal hoch und dann sieht man auch, dann wird das Ganze natürlich sehr schön weich und leuchtend. Ich lasse das mal so erstmal auf 50 stehen. Und damit mich das nicht so sehr verwirrt, male ich jetzt auch erstmal mit der Pinselmaske das Ganze nur hier unten rein. Deckkraft kann ich ruhig auf 100 lassen. Größe und Weichheit im Prinzip auch. Und dann kann ich hier unten anfangen, nur meine Wasserareale reinzumalen. Denn das arbeitet ja wie gesagt sehr weich und da kommt es nicht so auf absolut akkurates Arbeiten an, sondern das soll ja so ein bisschen weich in weich daherkommen. Ja, dann habe ich auf den Wasserflächen dieses Tool zur Anwendung gebracht. Jetzt kann ich noch mal schauen mit der Helligkeit, ob ich das Wasser vielleicht noch ein bisschen heller haben möchte. Ja, möchte ich auch. Ich lasse das mal so auf circa 10 stehen und die Glättung, die stelle ich auch noch etwas hoch auf circa 40. Ja, dann hat meine Wasserfläche so ein bisschen mehr von der Langzeitbelichtung bekommen. Ich mache das nochmal an-aus, das Tool. Jawohl, und ist sehr schön hell und ja so ein bisschen neblig weich geworden. Das gefällt mir sehr gut. Vielleicht stelle ich die Stärke noch ein ganz bisschen runter. Auf 40 und gucke mir das nochmal an. Jawohl, so ist das eigentlich genauso, wie ich das haben wollte. Lediglich der Himmel, der ist mir immer noch nicht dramatisch genug. Deswegen wechsle ich jetzt auch gleich in den Tool-Bereich Professional und da mache ich weiter mit meinem anpassbaren Verlauf. Und da möchte ich nochmal ganz leicht meinen Himmel abdunkeln. Ausrichtung einstellen mache ich mal an, aber eigentlich ist das so erstmal richtig. Oben ist auch schon angeklickt. So, und da stelle ich jetzt die Belichtung deutlich runter. Ja, und dann bekomme ich auch die Dramatik, die ich gerne haben wollte. Ich stelle das ruhig so auf minus 20 und den Kontrast dann auch noch etwas hoch. Und dann kriege ich diesen Wolkenhimmel, den es an dem Tag auch tatsächlich hatte, der aber in meinem Foto nicht so krass rübergekommen ist. Jetzt kommt er schon langsam so krass rüber. Auch ich kann den Kontrast ruhig auf 20 stehen lassen. Dann gefällt mir das sehr, sehr gut. Jetzt ist der Himmel richtig schön dramatisch geworden. Ich mache das nochmal an, aus. Jawohl, so finde ich das super. Und das Ganze verstärke ich jetzt noch etwas, beziehungsweise mache es noch ein bisschen individueller mit dem Tool abwählen und nachbelichten. Und da stelle ich, wie sonst auch immer, den Gesamtbetrag erstmal so auf ca. 50. Dann klicke ich auf mit dem Zeichnen beginnen. Ganz wichtig, dann hier bei der Stärke so auf ca. 15 oder allerhöchstens 20% gehen. So, und dann drücke ich bei mir die Command und Plus-Taste, um hier etwas mehr in die Details des Bildes reingehen zu können. Beim Windows-Computer wäre das dann Steuerung und Plus. Dann stelle ich aber die Größe auch nochmal deutlich kleiner ein, auf ca. 60. Ja, und dann fange ich, wie gesagt, bei einer Stärke von 15% hier mit dem Aufhellen an. Ich male einfach die hellen Bereiche in meinen Wolken nochmal etwas nach, um diese Strukturen noch stärker zu modellieren. Also man darf da, wie gesagt, immer nicht übertreiben, aber so ganz leicht kann man das natürlich nochmal verstärken hier. So, das soll mir dann auch mit dem Aufhellen reichen. Ich gehe jetzt auch nochmal auf Abdunkeln und auch da wieder deutlich runter regeln. Ich gehe jetzt hier sogar mal auf 10%, weil Abdunkeln, finde ich, immer subjektiv stärker zu Werke geht. Auch die Größe stelle ich nochmal deutlich runter und so diese ganz dunklen Partien hier in den Wolken, die male ich auch nochmal etwas dunkler nach. Aber da immer Vorsicht, nicht übertreiben. So, dann klicke ich mal auf Fertig und mache mein Bild wieder kleiner. Ja, und dann schaue ich mir mal an, was dieses Tool jetzt noch bewirkt hat in meinem Himmel. Okay, jawohl, und da sieht man das sehr schön. Diese Strukturen haben sich jetzt noch deutlich verstärkt. Mir auch ein Hauch zu stark, deswegen stelle ich das jetzt auf 40 runter. Aber so finde ich das sehr, sehr schön. Ja, und dann sind wir auch schon fast fertig mit dem Bild. Eine Sache möchte ich hier noch mit einem Tool erledigen und dann bleibt eigentlich nur noch das Ausflecken. Und zwar möchte ich noch auf das Tool Fotofilter kommen. Ich will dem Bild nämlich noch so eine ganz leichte blaue Tonung mitgeben. Aber die wirklich nur ganz, ganz leicht. So, ich stelle die Stärke mal auf 10 hoch. Dann sieht man, bekommt das Bild so eine Röteltonung, weil der Farbtonwähler immer erstmal im Rotbereich steht. Und den fahre ich jetzt aber in dem Blaubereich auf so 230 in etwa. Ja, und das ist genau die Farbe, wie ich finde, die noch gefehlt hat in dem Bild. So ein ganz leichter, kühler Ton. Fast schon so ein bisschen was Silbriges bekommt das dadurch. Das gefällt mir viel besser als die neutrale Grautönung vorher. Das ist natürlich ganz doll Geschmackssache. Mir gefällt das so sehr, sehr gut. Den Haken Bildhelligkeit bewahren, den lasse ich hier ruhig an. Wenn ich den ausmache, wird das Bild in der Regel etwas dunkler, weil ich ja Farbe reinfahre. Gut, das sieht auch nicht schlecht aus, aber so ein bisschen lichter und das Schiff so etwas leuchtender. Gefällt mir hier dann doch etwas besser. Ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch das Bild auszuflecken. Das machen wir auch eben schnell. Das geht aber mit dem Tool radieren, denke ich, problemlos. Und dann fange ich hier mal mit dem dollsten Fleck natürlich an. Ich vergrößere mir das hier auch noch mal ein bisschen raus. Mit der Leertaste könnt ihr dann das Bild immer so hinschieben, wie ihr das gerne haben wollt. Größe muss ich noch etwas größer machen. Ich mache das mal so auf 30. Und dann kann ich hier das erstmal ausflecken und den Fleck auch. Ich schaue mir das jetzt erstmal an mit dem Button radieren. Jawohl, aber das ist völlig okay so. Hier oben habe ich noch zwei kleine Flecken und hier ist auch noch ein Fleck. Da klicke ich nochmal auf radieren und schaue mir die Ecken an. Auch das ist völlig okay. Und hier unten im Wasser war auch noch ein Fleck, der mich gestört hat. Und hier im Schiff ist auch noch einer. Ja, und dann haben wir die ganzen Stellen auch ausgefleckt. Dann sieht das Bild auch astrein aus. Dann klicke ich auf fertig. Ja, und dann ist meine schwarz-weiß-Ausarbeitung dieses Bildes auch getan. Ich verkleinere das nochmal. Ja, und das gefällt mir ausgesprochen gut. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich finde, das Bild, das hat so einen Flair der 20er, 30er Jahre entwickelt. Auch wenn die Cap San Diego gar nicht so alt ist. Das Schiff ist ja in den 60er Jahren gebaut. Finde ich, hat das Bild eine ganz eigene Dramatik entwickelt. So, ich klicke jetzt nochmal auf das Auge. Dann sehen wir, ja, das war so unser Farbbild, was wir zur blauen Stunde gemacht haben. Das wirkt doch sehr weich und von den Farben her auch wenig ansprechend, wie ich finde. Und so, diese schwarz-weiß-Ausarbeitung gefällt mir auf alle Fälle deutlich besser. Ich hoffe, euch auch. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich wie immer über einen Like von euch. Solltet ihr Luminar 4 mal ausprobieren wollen, dann könnt ihr euch eine kostenlose Trial-Version auf der Skylum-Seite downloaden. Einen passenden Link dazu findet ihr unten in unserer Videobeschreibung. Wenn ihr euch Luminar 4 gerne zulegen wollt, findet ihr auch unten in unserer Videobeschreibung einen sogenannten Rabatt-Code. Damit bekommt ihr Luminar 4 günstiger. Ja, und dann freuen wir uns natürlich auch wie immer, wenn ihr unseren Kanal abonniert, die Glocke aktiviert. Dann verpasst ihr auch keines unserer Videos mehr. Und dann sehen wir uns mit Sicherheit auch ganz bald wieder. Bis dahin, euer René. Und dann sehen wir uns mit der Videobeschreibung.